jo, moin moin leute noch alles klar bei euch wir sind im Eurotrack unterwegs nach langer Zeit mal wieder, eine kleine Tour muss erstmal wieder reinkommen, in das LKW fahren und ja, das mache ich einfach mal mit so einer kleinen Tour jetzt hier Richtung Dortmund wir sind von Berlin aus losgefahren und wir fahren jetzt das Stück A9 und dann geht es rechts rüber in Richtung Dortmund 400 km haben wir jetzt noch auf dem Tauer ich habe einfach den Anfang so ein bisschen weggelassen ich habe gedacht, schaltet euch mal dazu, wenn wir auf Autobahnen sind ja, ich will mal wieder ein bisschen mehr LKW fahren auch im ATS da habe ich ja das DSD-9 hier im Eurotrack gab es wieder ein Update und soll jetzt auch der neue MRN TG X3 kommen ich habe jetzt schon mal im Shop geguckt habe aber nicht gefunden naja heißt jetzt kein Drama schauen wir mal, wann das los geht wenn das natürlich da ist dann wird der LKW gekauft und und wir werden ihn fahren ich werde ihn euch zeigen ja shit wie der Herr Morg nee jetzt sind wir zwar in Hamburg hier wohnt aber nicht unbedingt in Berlin so was gibt es sonst Neues ich warte immer noch händeringend auf die Erweiterung hier im Eurotrack im Herzen Russlands keine Ahnung warum das noch dauert wie gesagt im ATS Wyoming haben wir geholt naja wir schauen mal achso was dazu gekommen ist jetzt im letzten Update das Volvo Construction das heißt das ist im ATS aber auch mit dazu gekommen das heißt wir können jetzt von Volvo nicht nur die LKWs fahren sondern nein keine Baumaschinen aber wir können sie transportieren ja das sind dann eben Radlader Walzen alles was man so im Baumaschinenbereich auch kennt ja wir fahren hier so was kann ich wissen was das genau ist Natrium 15 Tonnen ja und wir haben sogar eiligen Terminen gut ja also bringt ein paar Punkte bringt auch ein bisschen Cash in den Tisch aber ja ja aus Geld brauchen wir hier nicht gucken unnütz aber ist eine leckere Tour und von daher fahren wir die ja kann ich sonst noch so sagen ja ja ich will ich mir schon eine ganze Zeit lang was ich noch so für Games anzocken kann um den Kanal noch ein bisschen zu erweitern wir haben so viel gute Simulationen gibt es gar nicht wir haben den LS 19 ich weiß der 22er ist draußen da müssen wir vielleicht auch nochmal ran schauen wir mal was da kommt achso wir sind ja ja wir sind in unserem MAN unterwegs das waren so glaube ich heute die letzten Folgen wo wir in Russland ein bisschen gefahren sind wir waren ja auf der Jagd nach den sogenannten nach den sogenannten Errungenschaften ja können wir gerne nochmal neu starten vielleicht nicht unbedingt Russland vielleicht klappern wir einfach mal wenn das ein oder andere haben vielleicht oben in Schweden da fällt mir so ein so rechts halten und dann auswärts nehmen ich glaube Jachten fahren zu den Hefen nach rechts ja ach quatsch wir sind nicht in Dortmund unterwegs sorry nach Frankfurt genau Frankfurt fahren wir hin ja ja dunkel wirds dunkel wirds ja ach ach das ist nicht so schön das ist nicht so schön ich weiß das im Hellen immer angenehmer ist achso ich glaube die letzte Male sind wir auch Multiplayer gefahren wie gesagt wie gesagt ich muss erstmal ein bisschen ins Hegel gefahren da reinkommen Multiplayer können wir auch gerne nochmal weitermachen das ist ja dann oftmals auch ein bisschen was los ja ihr seht ich habe ein Tempomat bei 80 reingehauen das ist auch ganz gut so nur 80 ist erlaubt das fahren wir auch uns hetzt ja keiner aus dem Spalter ist ein bisschen Sprit so ich will den Kollegen mal überholen boah ey Liftaktien in der Mitte hoch und wir müssen auch irgendwo raus rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen ok hier ist dickes Blaulicht ok die ausfahrt hier ist die ausfahrt rechts ja neu berechnen das war wohl nix mit ausfahrt rechts das staut sich leicht ah wir haben eine Baustelle hier ja wie machen wir das denn jetzt da so die ganzen Zirkel wohl umfahren ne ja wir müssen irgendwie gucken dass wir links rüber kommen ja dann fahren wir halt die die Umleitung ja dann fahren wir halt die an der Absperrung wäre ich eh nicht vorbeigekommen ja ich glaube man kann sich da so ein bisschen rum aber ich habe das auch schon mal gemacht ne wir haben uns da auch schon mal dran rumgezirkelt aber ich habe jetzt gesehen von einer von einer Kilometernzahl ist das noch zu verkraften ja der kommt nicht mehr rein sagt mir es geht leicht berg hoch hat er vielleicht doch zu wenig Leistung hier der Retarder meldet sich bergab der möchte nicht dass wir schneller fahren ja das haben sie ganz toll gemacht jetzt hier mit diesen Änderungen der Tankstellen auch mit die alte Map also das was ja ganz am Anfang eben da war Deutschland Polen etc das was man auf der Standard Map eben damals hatte und ganz ganz toll gemacht mit Ausbau jetzt auch der der alten Strängen angepasst halt auf die auf die neue Geschichte so wie sie es damals dann angefangen haben eben Skandinavien DLC alles ein bisschen realistischer und ja das ist schon ganz ganz nice gefällt mir sehr sehr gut sonst würde ich dieses Spiel nicht schon seit x Stunden spielen hoch 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 lass mal einen Moment nicht aufmerksam wenn man schnell woanders hinguckt und da haben wir es dann wieder so wir müssen links rüber bitte links halten und da haben wir es dann auch noch einen Punkt ganz direkt auf die über die wie wir fahren, die Umleitung. Wir wären sonst, glaube ich, ein ganzes Stück weiter östlich gefahren. Oder sind wir jetzt? Und somit müssen wir hier... Bitte links halten. Genau, jetzt sind wir A7. Rechts geht es weiter südlich Richtung Nürnberg und so weiter. Und wir fahren jetzt A5. Ihr seht unheimlich viele Straßen grau, weil jetzt alles neu gebaut wurde. Als ich das Game angefangen habe, habe ich relativ kurz oder in kurzer Zeit fast alle Straßen in Deutschland fertig gehabt. Aber durch die Updates und die ganzen Map-Erweiterungen. Also ich komme nicht mehr hinterher. Muss man vielleicht auch nicht unbedingt. Klar ist es nice für unsere 100% hätte, aber... Ich achte lieber ein bisschen auf was anderes. Gucke, dass wir... ...gute Routen fahren, dass wir... ...interessante Ware fahren. ...Auflieger, die ich eben spannend finde. Jaaaa... Jaaaa... So ist das. So, 130 Kilometer haben wir noch vor uns. Ist noch ein kleines Stück. Wir fahren also mitten in der Nacht hier rum. Wo ist das hier? Oh, das sieht nicht gut aus. Die Polizei ist noch nicht da. Könnte man schnell mal anrufen. Wenn man einen Unfall sieht. Mitten in der Nacht. Müsst ihr nicht unbedingt anhalten. Wäre natürlich gut. Dauer zu schauen, ob man eventuell Erste Hilfe leisten kann. Oder nicht. Andererseits Weiß man auch nie, worauf man da wirklich trifft. Man soll ja auch diese Fake-Unfälle geben. Aber zumindestens jeder von uns hat ein Mobiltelefon dabei und kann einen Unfall melden. Denkt dran, nicht die Handys rausholen und ans Ohr hängen. Das ist verboten. Beisprechanlage. Alles gut. Не so. Haben wir darüber etwas Überrascht? 13 YouTuber212 Okay. ich habe jetzt mal in Höhe geschaltet wir gehen mal wieder runter 80 70 km das ist völlig okay rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts immer geradeaus bitte rechts halten natürlich bitte links halten so ja dann geht das zum Endspurt oben geht das lesen auf dem Bacher Kreuz oi 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 ach, ich habe vergesst es blieb rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen nimm die ausfahrt rechts runter immer geradeaus bitte rechts halten da und die Was ist das denn hier eigentlich, wo ist denn der, ach du ahnst es nicht, da brennt ein Anhänger, seht ihr das? Ach du ahnst es nicht, da habe ich ja nun gar nicht drauf aufgeachtet, siehst du die Taste muss ja mal neu legen, die Taste haben wir ja noch nicht gesehen. Oh Junge, oh, Alter Schwede, so ein T-Black, danke Kollege, tschüss. Das ist ein Beschleunigungsstreifen, der kann doch nicht jeden anhalten, hier unten darf man auf den Standstreifen weiter. Alter macht sowas im Re-Life nicht, ey. Das ist ja am Ende des Beschleunigungsstreifen anhaltend, um dann versuchen auf Autobahn zu kommen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist wirklich krank, wenn da einer nicht aufpasst, so wie wir jetzt sagen, könnte nur froh sein, dass es dann kein 40 Tonne ist, der euch da wegfaltet. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, 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 ja. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Da kriegen wir auch hin. Ja. Das sieht gut aus. Und rum? Wir sind heile angekommen. Ehrlich? Boah. So. Äh, jetzt können wir uns aussuchen, wie wir parken wollen. Ähm, nehmen wir das da. Quietsch. So. Motor aus. Bisschen angekommen. Äh, ja. Bei euch ist dann hier auch Schluss. Leute, ich sag vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, guckt gerne mal in die Playlist. Hier gibt's noch andere geile Videos. Und, ähm, ich lass mir was einfallen, äh, dass wir wieder so ein bisschen so ein Ziel vor Augen haben, äh, was wir machen wollen. Und, äh, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, haut da rein. Bleibt gesund. Ciao, ciao.